Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyFamily. Ja, SkyFamily. Ich würde sagen, ich rufe mal den Timer auf, damit ich auch ja keine Fehler mache. Timer, 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 Timer. Timer ist gestellt. Ich hoffe nur noch, dass er umschwenkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Server. Was zur Hölle ist hier passiert? Oh, cool. So, gucken wir erstmal, wie geht es zu unseren Schafen? Oh, denen geht es gut, das ist schon mal in Ordnung. Ich glaube, die haben noch Hunger. Ja, schon wieder ein Huhn. Ach, Leute. Baut das doch auch wieder ordentlich an. Du blödes Huhn. Geh mir aus dem Bild. So. Dann holen wir uns hier noch die ganzen Kürbisse. Ja, weil das ganze Essen ist ja in der letzten SkyFamily eines Hops gegangen. Dann haben wir das. So, bei Korti ist noch nichts passiert. Bei dem... Ja, da kann ich noch nichts machen. Brauchen wir, dass da jetzt noch ein neues rauskommt. Wunderbar. So, dann ist das schon mal sicher. Wie keiner was mit den Sachen anfangen möchte. Nahrung, Grünwerkzeug, Waffen, Waffenwerkzeuge. Das kann erstmal wieder zurück. Oh, das ist die Eisenspitzhacke. Irgendwann können wir das vielleicht mal reparieren. Und dann packe ich das noch dahin. Sand ist aber doch kein Werkzeug, oder? Egal. Mobloot hatten wir doch auch irgendwo hier. So, dann haben wir auch noch wieder was. Obwohl, warte mal, das könnte man doch glatt mal lassen. Unsortiert. Und das. So. Dann hat er hier noch sein Haus ein bisschen weiter ausgebaut. Okay. Kefs Zeug. Okay. Wieso Kefs sein Zeug? Egal. Ist ja gestorben. So. Irgendwas stimmt da mit diesem Bäumchen nicht. Egal. So, wir bauen jetzt hier mal wieder ein bisschen ab. Oh. Weil. Stein kann man immer gebrauchen. Ich find's aber interessant, wie sich die Sky Family entwickelt hat, weil, ähm. Früher war das ja immer beim Pox und mir die ganzen Aufnahmen. Und jetzt sind das ja wirklich bei weitem mehr Leute. Und das, äh, macht sich wirklich schon erkennbar. So. Dann sammeln wir hier mal ein. Da ist auch noch. Gut. Gucken wir mal, wie viel haben wir? 31. So. Das gleiche müssen wir jetzt noch für die Kuh machen. Das hat eine besondere Herausforderung. Aha. Hm. Ne. Wisst ihr, ich brauche ja eh die Setzlinge. Also die, Dingser, wie heißen sie, die entsprechenden Setzlinge. Ja. Deswegen werde ich jetzt erstmal das machen, wo einige sich schon drüber beschwert haben. Das wird jetzt eine echt schwere Aufgabe. Ja. Dafür brauche ich aber erstmal Holz. So. Erstmal brauche ich die ab. Oh, wieso? So. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles abbauen können. Wir vergrößern jetzt einfach erstmal die Baumfarmen. Dann werden wir die vergrößern. Müssen wir halt auch erstmal gucken. Ob. Das müsste eigentlich... Oh, noch nicht reichen, aber... So. Okay. Gut. Dann können wir das dann nämlich alles überdachen. Ja, und jetzt werden dann erstmal keine Bäume angepflanzt. Das war das dann... Eigentlich war das jetzt richtig doof von mir, oder? Haben wir einen großen dazwischen? Nein, aber einen Baum brauche ich. Die brauchen wir auch. Das heißt, da könnte ich mich dann hochbauen. Okay. Gut. So, dann würde ich mal sagen... Machen wir jetzt erstmal... Halt, wir brauchen die. Zack. Und da brauchen wir... Die Slabs. Genau. Können wir uns jetzt hier entsprechend hochbauen. Drei, vier... Passt das? Müsste passen, oder? Okay. Gut. Ja, der Droh ist saudumm, aber das ist ja nicht das Ding. So, das sind Half Slabs. Das heißt, da sollte... Nix drauf spawnen. So. Wunderbar. Ja, ich glaube, einer geht noch. Noch einer. Ja, einer noch. Gut. So, dann kann sich nämlich keiner mehr beschweren, dass hier... Irgendwie... Irgendwo irgendwas passiert. So, mach mal hier jetzt wieder dicht. Ah, es geht genau auf. Ja, komm. Platz hier. Weiß nicht, warum wir es manchmal nicht platzieren. Manchmal doch, aber egal. Aber was man theoretisch machen könnte... Ah, nee, halt. Äh, dafür brauche ich die Axt. Nee, geht dann kaputt. Eigentlich doch nicht. Gut. So. Dann sollten die Bäume auch jetzt nicht mehr so hoch wachsen. Okay, puh. Das ist echt anstrengend, hier die Taste die ganze Zeit gedrückt zu halten. Hm? So. Steht mir aber noch hier... So. Nein. Oh, geht genau auf. Okay. Gut, beschwere ich mich jetzt mal nicht. Kann man dann noch nach oben ausbauen. Ich brauche dann halt nur später... ...die entsprechenden... ...Leitern. Okay. Okay. Oh. Una, ba? Nein. Nein. Boah, knapp Ach, nö Komm, bau ab Es waren noch schöne Zeiten, als man da in kurzer Zeit mal die Slabs so abbauen konnte wenn sie noch nicht zu lange waren jetzt sind sie gleich schon automatisch ein Verbund So Und es wird Nacht, ich muss gleich runter Wenn ich gleich Nacht ist, dann habe ich echt ein Problem Ah, verdammt Nein, da sind sie runtergefallen So Gehen wir jetzt hier runter, ganz vorsichtig Egal Und Lingen und schlafen Ui Mal ganz kurz auf die Zeit 4 Minuten 21 Das sieht schon mal gut aus Immer ein paar Sätzlinge Ich hoffe, wir haben noch irgendwo Knochenstaub Und ja, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen Ohne große Probleme Aber ne, wir machen jetzt mal was anderes Wir bauen uns jetzt erstmal wieder eine Axt Denn Wir haben ja rein theoretisch Fehlen uns eh dann wieder Akazien Und daher Sollten wir uns langsam darum kümmern, das wieder auszubauen Da abbauen Und dann pflanzen Um das zu testen So, dann bräuchte ich das jetzt hier alles mal ab So, da wurde gespeichert So Dann brauchen wir noch die Tanne ab Ja Wo ist der groß? In der Hoffnung, dass es dann auch alles ja Sauber runterfällt So, da ist noch einer Sollte eigentlich auch reichen Ja, denkt an das Voting Ähm Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen Die Sachen, die Cody da ausgesucht hat Waren jetzt nicht so ganz Meine Wunsch-Items Das ist ja das Body Voting Oh ne, da komm ich jetzt echt nicht hoch Oh ne So Außerdem, ich möchte auch kein Erich hier mit Danger bekommen Muss man dazu sagen Deswegen mach ich das jetzt so Baue das alles ab Muss ja eh nochmal wieder hoch Wie gesagt, da oben sollten Im Normalfall jetzt keine Monster spawnen Ich kann ja auch keine Fackeln platzieren So Nein, da ist echt noch einer Gut Ah, hier haben wir Tannen Mal gut So, erstmal alles hier einsammeln Oh Da war auch noch einer Hier drin muss doch noch was sein, oder? Ja, war klar Ernsthaft Da ist er So Und so Gut, jetzt dürfte aber hier gar keiner sein Jetzt müsste sich alles lösen Oh, da könnte noch einer Da ist auch noch einer Da sind sogar noch zwei Okay Jetzt sind's aber alle weg Hier ist nix mehr Packe ich jetzt erstmal die Setzlinge da rein Ähm So, machen wir das So So Ich hab zwar keinen Inventory Tweaks, aber egal Akazien hatten wir ja gar keine mehr drin Oh mein Gott So Ich hab noch einen Akazien-Sessling runter Und ja Da ist die Zeit schon vorbei Mein Hunger auch Ich bring jetzt noch schnell alles in die Kisten Damit die Leute wissen, was, wo ist Baumaterial So 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 Essen Zack Oh, wir hätten das jetzt schon wieder durcheinander gebracht Egal Äh Unsortiert Äh Wolle Das Äh Stock Äh Weizenkörner Ach komm, die Weizenkörner pack mal Dann muss ich hingehört, oder? Zähl zu Grünzeug Okay So, die Akazien nehme ich mal mit Und das mache ich da hin Und dann gehe ich vom Server Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich Und sage bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Drohort rein Tschüss, tschüss Bis zum nächsten Mal TschüssOL ig Vielen Dank.